Rasertipp, 25. März 2021. Es ist jetzt 3 am Nachmittag. Ich habe euch am Morgen schon bereits Temperaturen gezeigt im Boden bei 13 Grad. Jetzt haben wir 18 Grad und wir gehen hier hin und das ist ein Humusboden. Und wir messen jetzt im Moment 7,8 Grad. Also praktisch 8 Grad und das bedeutet Wachstum fürs Gras. Dann bitte doch die erste Düngung jetzt raus. Am Samstag wird es ja eher regnen und dann wird es wunderbar einschwemmen und das Gras geht ab wie ein Zäpfchen. Ich wünsche euch viel Vergnügen im Rasen, euer Rasen-Nuttiger.